Hallo meine Lieben und Willkommen zu einem neuen Podcast. Heute haben wir für euch das Buch Ich liebe das Leben, das Leben liebt mich von Gérard Depardieu und Laurent Neumann. Das ist so doof, ich kann kein Französisch, es tut mir leid. Aber ja, es ist ein Interviewbuch. Und Gérard Depardieu, ja, wer kennt ihn nicht? Ich habe mal gehört, dass selbst Leute, die sich eigentlich nur Schlechtgesichte einprägen können, doch ihn noch erkennen können. Er ist ja so ein Urgestein des Films. Ja, vor allen Dingen kann man ihn schlecht übersehen bei seiner Größe und Fülle. Und er hat ja ein sehr prägnantes Gesicht. Ist ja schon sehr einprägsam. Ja, mir hat er immer ganz besonders gut gefallen im Graf von Monte Cristo. Und ich mochte ihn ganz, ganz besonders gerne in Ruby und Quentin, wo er ja einen ziemlich gehirnlosen Verbrecher gespielt hat. An der Seite von Jean Reno. Und das ist wirklich etwas, wenn ich richtig schlechte Laune habe und ich glaube, niemand kann mich zum Lachen bringen. Dann ist dieser Film genau das Richtige. Es ist einfach so fürchterlich bescheuert. Und Gérard Depardieu spielt diesen, ja, diesen völligen Hohlkopf so überzeugend und brillant, dass einem eigentlich nichts anderes übrig bleibt, als darüber zu lachen. Ja, und er hat es noch gesagt, dass er immer wieder alle Rollen, die er eigentlich spielt, werden dann sofort auf ihn rauf projiziert. Er spielt einen schwulen und schon heißt es, der Depardieu muss schwul sein. Es ist halt, ja, er hat es einfach drauf. Und, ja. Ach, könnte er einmal für mich einen Hinkelstein tragen und mir einen Strauß Blumen pflücken, wie, ich weiß gar nicht mehr, wie hieß sie denn? Valballa? Ja, glaube, ne? Ja, die Voraussetzungen dafür müsste ich natürlich noch schaffen, vielleicht nochmal irgendwo in den Klinik oder so. Aber, ja, ich würde mich darüber freuen. Und ich mochte ja auch den dicken Obelix mit seinem Idefixchen. Und, ja, ich glaube, das zeigt aber auch eine richtig nette, ja, Seite in Gérard Depardieu. Ich glaube, er ist ein Mann, der sich selbst nicht ganz so wichtig nimmt. Aufgefallen ist er mir das erste Mal als interessante Figur oder Person jenseits der Leinwand in dem Buch Geniale Querköpfe. Das sind Biografien für Kinder aufgearbeitet, die ich sehr, sehr, sehr schön finde. Ich hatte das erst als Hörbuch und habe mir dann nochmal das Buch geholt, einfach, weil es auch schön illustriert ist. Und da drin war noch Mohamed Ali und, ich weiß nicht. Einstein, glaube ich? Ja, garantiert. Steil? Der ist ja eigentlich, ja, die war drin. Aber, ja, wer also Kinder hat, ich kann euch das Buch nur empfehlen, Geniale Querköpfe. Ja, die Besonderheit dieses Buches ist ein Interview. Das Interview ist 2004 entstanden. Damals lebte sein Sohn noch. Und da musste ich auch erst mal nachgucken, weil ich mich halt dann doch gefragt habe, ob, weil sie ja auch die Drogenprobleme seines Sohnes zum Beispiel thematisiert wurden, ob das jetzt vor dem Tod seines Sohnes war oder danach und es war vor dem Tod. Ja, Gerard Depardieu hat mich einfach umgehauen mit seiner Selbstreflexion und seiner Ehrlichkeit. Es sind ja Dinge, die ich liebe, ich brauche nichts über jemanden zu lesen, den ich für nicht authentisch halte, bei denen ich immer denke, dass sie noch etwas, ja, etwas werden sie immer zurückhalten. Aber ich muss halt nicht etwas über jemanden lesen, der nicht wirklich mich in sein Herz schauen lässt und in seine Seele und in seine Gedankenwelt. Und genau das passiert hier, dass Gerard Depardieu sich halt vollkommen dem Publikum auch öffnet. Er ist 28 Jahre zur Psychoanalyse gegangen, was bedeutet, er reflektiert sich wirklich immens viel, er kennt sich, er versucht auch die Menschen in seinem Umfeld zu verstehen, er liest viel, er bildet sich und dank Heidenreich wissen wir jetzt ja, also Mar und ich wissen jetzt ja, dass Bildung mehr ist als nur Wissen. Es bedeutet angewandtes Wissen, es bedeutet, dass man Wissen auch für sich wirklich verarbeitet und das ist bei Gerard Depardieu eindeutig der Fall. Und er hat eine eigene Meinung. Und was bedeutet, man kann auch mit Sachen, die er sagt, nicht okay sein, aber er ist, denke ich, sehr okay damit, wenn man nicht mit ihm okay ist. Er ist einfach eine gestandene Persönlichkeit, jemand, den man mag oder den man nicht mag, aber er hat eine eigene Meinung, er hat Profil. Ich schätze diesen Mann nach dieser Lektüre noch mehr, als ich es vorher getan habe. Vorher war er halt ein interessanter Schauspieler, ein guter Schauspieler, einen, den ich gerne gesehen habe, aber ja, jetzt ist auch der Mensch dahinter für mich immens liebenswert und interessant geworden, weil er halt einfach nicht der Norm entspricht. Er hat Ecken und Kanten und man kann auch wirklich mit ihm anecken, ganz klar, weil er kann auch eine sehr unangenehme Person sein. Ich möchte ihn nicht wütend erleben. Er ist halt ein Bär von einem Mann, aber einen Bären kann man auch nicht unbedingt zähmen oder in eine gewisse Richtung lenken. Was ich auch sehr sympathisch an ihm finde, ist, dass er nicht vorgibt, irgendwie was Besonderes zu sein oder besonders toll. Er kommt eben aus der Arbeiterklasse, er hat sich hochgearbeitet, ihm ist nichts geschenkt worden. Er ist sicherlich einer, der maßlos ist und der auch dazu steht. Ich meine, wir alle kennen die ganzen Berichte von ihm, dass er irgendwo betrunken war, sich daneben benommen hat oder, ja, fürchtlich auseinandergegangen ist. Das gehört aber, glaube ich, auch zu ihm. Ich glaube, er ist ein Mensch, der selten liebt, aber wenn er das tut, dann mit Haut und Haaren und so verhält er sich halt auch. Er ist garantiert auch ein guter Freund. Er ist gutmütig und großzügig, aber man sollte ihn auf keinen Fall reizen. Dann lässt er auch mal die Fäuste sprechen. Es ist beeindruckend, wie weit dieser Mann es brachte, denn anfangs verstand er noch nicht mal die Texte, die er da aufsagte. Er ist ohne jegliche Bildung aufgewachsen und hat sich dann, nachdem er nach Paris gegangen ist, schon sehr früh, hat er sich in Bildung verliebt, weil er mit Leuten zusammengekommen ist, die halt sehr an Bildung hingen, die sehr viel gelesen haben, die, ja, in Museen gegangen sind und so weiter. Und er hat wirklich sich in das Lernen und in das, in die Kultur verliebt. Ich habe ja damals gelesen, das Buch, das Labyrinth der Wörter. Und ich glaube, dass ihm das auch ein Herzensding war, dieses Buch zu verfilmen, weil es ja eigentlich schon fast seine Story ist. Er, der ja nicht unbedingt mit Bildung, mit Wissen groß geworden ist, der sich das alles mühsam selbst aneignen musste, diesen Mann dann halt auch zu spielen. Ich glaube schon, dass er das unbedingt machen wollte. Ja, ja, hatte ich ja zu dir gesagt. Ich hatte ja gesagt, jetzt verstehe ich es, weil ihm ja auch die Welt der Bücher Schritt für Schritt, Wort für Wort letztlich eröffnet wurde. Ja, ich habe mir viele Gedanken bei diesem Buch gemacht. Ich kam nicht umhin, weil er über viele Dinge halt auch redet und ich mich halt auch sehr darüber wieder selber reflektiert habe und auch, ja, viele Gedankenanstöße bekommen habe. Das hier sind, die ich jetzt anspreche, sind nur ein paar. Das Buch ist, ja, nicht alles unterstrichen, aber es sind schon weite Passagen wirklich unterstrichen. Ich lese ja immer mit einem, ja, mit einem Bleistift in der Hand. Und eins der ersten Themen, die mir in dem Buch halt wirklich aufgefallen sind, war, dass er sagt, dass er weniger Zeitungen liest und jetzt weniger die Berichte verfolgt. Früher hat er das getan. Aber heutzutage sagt er, sie rechnen einem halt immer nur vor, was schief geht, aber niemand sagt, wie es besser geht. Und das war hier jetzt ja auch schon öfter mal Diskussion im Haushalt, dass wir halt gesagt haben, okay, wo sind die guten Nachrichten? Immer eigentlich nur Müll. Ich sehe das auch immer. Ich habe diese Push-Up-News eingestellt von mehreren, ja, Agenturen, ob es jetzt Tagesschau ist, Huffington, NTV, glaube ich, Spiegel. Und dann kriege ich eigentlich immer nur so Schreckensmeldungen drauf. Ich glaube, BBC habe ich noch. Aber es ist nie irgendwas Gutes. Okay, jetzt wurden die Nobelpreise verteilt. Aber in der Regel ist eigentlich immer nur Schrecken, Schrecken, Schrecken. Aber niemand weiß, wie es besser gehen soll. Und ich finde gerade ein Mensch, der schafft, uns zum Lachen zu bringen, der, ja, wie schon gesagt, wenn ich schlechte Laune habe oder denke, so alles gar nichts lustig, dann hilft mir unter anderem auch ein Gérard Depardieu, die Welt wieder ein wenig fröhlicher zu sehen. Ob er persönlich da mal Probleme hat, ich glaube, es ist nicht leicht mit Prominentsein heutzutage gut umgehen zu können. Ich meine, er ist ja auch nicht der Schönste. Er steht in dem Ruf, vielleicht auch ein bisschen dumm zu sein, was ich nicht glaube. Ich glaube, vielleicht mal irgendwann umgebildet gewesen. Aber dumm ganz bestimmt nicht. Aber es wird alles eben immer nur hochgeholt, was schlecht läuft. Jetzt ist er ja auch noch der große Steuerflüchtling, der Frankreich den Rücken gekehrt hat. Sind wir doch mal ganz ehrlich, viele würden die Möglichkeit ergreifen, trauen sich aber einfach nicht, weil sie Angst haben, ja, dann dumm dazustehen oder sie betrügen einfach mal so ganz kurz. Ja, aber ich halte ihn für einen sehr ehrlichen Mann und ja, sehr faszinierend eigentlich. Und ich mag ihn einfach. Der Punkt ist ja eigentlich, dass wir letztlich immer diese Berichte lesen, aber seltensten Fällen ist da wirklich Hoffnung drin. Die Leute, die Reporter sagen oder listen uns einfach nur auf, was schlecht läuft, ohne vielleicht Gedanken an Stöße zu bringen, wie jeder etwas machen kann, damit es besser wird. Ich achte seitdem ein bisschen mehr da drauf. Nicht, dass ich jetzt wirklich mein Augenmerk darauf legen würde oder jetzt besonders gerne Berichte lese, weil bei mir ist es jetzt auch in letzter Zeit so, dass ich ja sage, muss ich das jetzt wissen? Ich habe genug eigene Probleme, eigene Sachen, um die ich mich kümmern muss. Und die Welt kann mir in diesem Moment gestohlen bleiben, wenn direkt vor meiner Haustür gerade wieder was passiert oder ich da noch nicht wirklich Ordnung geschaffen habe. Aber ich fände es im Allgemeinen gut, wenn Journalisten halt auch Hoffnung geben würden mit ihren Berichten, anstatt immer so ein düsteres Szenario hervorzurufen und letztlich zu sagen, es wird immer alles nur noch schlechter und schlechter und schlechter. Ja, und ich fürchte, das Geschäft mit der Furcht ist ein sehr gutes. Es verkauft sich immer wesentlich besser, wenn man mit irgendetwas Schrecklichen droht. Das Geld wird entwertet, es kommt ein Krieg auf uns zu, die ganzen bösen Ausländer, alles, was irgendwo schlecht ist. Es wird Angst gemacht, Angst gemacht, Angst gemacht. Und da freuen sich die Psychotherapeuten, da freut sich ja die Politiker, da freut sich die Kirche vielleicht noch. Aber warum werden nicht mal gute Geschichten irgendwo erzählt? Ich stelle mir das wirklich immer mal vor, wenn ein Alien auf unsere Welt kommen würde und würde einfach nur mal die Tageszeitung lesen, der würde denken, mein Gott, wo bin ich hier gelandet? Das ist nur ein Hauen und Stechen und ein Babylon und überhaupt, was will ich auf diesem fürchterlichen Planeten? Die Menschen sind es einfach nicht wert. Und das finde ich einfach schade, weil es gibt unheimlich tolle Menschen, die sich einsetzen, die einfach auch mal still sind, die einfach vielleicht mal der Nachbarin helfen und da kein großes Kokolores drum gemacht wird. Es gibt das Bundesverdienstkreuz. Wer weiß, wer das Bundesverdienstkreuz bekommt? Diese Menschen werden gar nicht irgendwo in den Fokus gerückt. Es ist immer nur das Schrecken. Und das finde ich erschreckend. Ja, das ist der erste Gedankengang gewesen, den ich jetzt für euch hier auch noch rausgepickt habe. Das andere ist, dass die Behauptung aufgestellt wird, dass der Mensch in allerersten Sinn das Kind ist, welches ärmer war. Und das ist immer so ein Faktor, wenn man diese gesamten Selbsthilfebücher liest, vor allen Dingen, wenn sie in den esoterischen Bereich gehen oder in den religiösen Bereich, wird das ja immer wieder aufgegriffen. Was wolltest du als Kind werden? Besinne dich zurück, bevor die Gesellschaft dich geprägt hat. Und bei mir kam die Frage das erste Mal auf, als ich von Paolo Coelho, der Archimist, gelesen habe, weil das da ja auch thematisiert wird, dieser Wunsch der Kindheit, der eigentlich dein Lebenssinn, dein Lebenszweck sein soll. Ganz viele Leute, die ich gefragt habe, was wolltet ihr als Kinder werden? Wofür habt ihr euch interessiert? Wissen das heutzutage gar nicht mehr. Und ich weiß nicht, ob sie es einfach nicht wissen wollen, aber viele Leute sahen da auch wirklich ratlos aus und haben gesagt, ich kann mich eigentlich nicht mehr daran erinnern. Bei mir weiß ich ganz genau, dass ich schon damals immer gerne Geschichten erzählt habe, dass das meine Art der Spielerei war. Und das halt dieses, ja, ich habe mich damals auch schon hingesetzt und habe eigentlich nur für meine Zukunft geplant, dass ich irgendwo sitze und tippe, ja hallo, das ist dann wohl wahr geworden. Aber sind wir wirklich in erster Linie das Kind, welches wir mal waren? Also ich kann nur sagen, toi, 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 alle Kinder können jetzt sagen, Gott sei Dank, der Kirch ist uns vorübergegangen. Ich wäre, glaube ich, unheimlich gerne Lehrerin geworden. Ein anderer Berufswunsch, den ich mal ganz kurzfristig hatte, war Archäologin. Aber ich glaube, Das war wahrscheinlich ein bisschen von deiner Schwester geprägt, ne? Wahrscheinlich. Ich habe ja damals auch hier diese Bücher gelesen, hier mit von Howard Carter. Ich fand Tutankhamon und diese ganzen Sachen und Persersturm über. Nee, ja, irgendwas mit Persersturm über. Ich weiß es nicht mehr. Jedenfalls damals hatte ich es da ganz schön mit. Aber ich habe mich jetzt ertappt, wahrscheinlich auch über diese Fragestellung, dass ich mir überlegt habe, was habe ich als Kind gerne gemacht? Was fand ich toll? Und ich bin zum Beispiel darauf gekommen, warum ich unheimlich gerne, das ist jetzt einfach nur mal ein Beispiel, warum ich auf diese Schwarz-Weiß-Zeichnungen absolut abfahre und auf diese Skryptol-Zeichnungen hauptsächlich. Und Mar hatte nämlich St. Hengel entdeckt und war sofort Feuer und Flamme dafür. St. Hengel, das ist, wenn ihr das nicht kennt, das ist Zeichnen mit ganz vielen Musterungen und so, aber das halt zur Entspannung, wie Mandala malen damals. Nur es ist halt, ja, Schwarz-Weiß hauptsächlich und dann, wie bei diesen Ausmalbüchern, ganz viele kleine Einzelheiten. Ja, und dann fiel mir ein, Moment mal, irgendwas kam da wieder hoch aus dem Unterbewusstsein und das waren die ganzen Bücher damals. Ob es die kleine Hexe war, der kleine Wassermann, die Michael-Ende-Bücher, hier mit Jim Knopf, der Räuber-Hotzen-Plotz, ganz wichtig, der Räuber-Hotzen-Plotz, da gab es so eine Zeichnung mit Petrosius Wackelmann, der in der Küche saß und da waren überall diese Augen an der Wand und das Krokodil und das waren ja alles diese, mit diesen Schraffuren und mit den Mustern und damit bin ich einfach groß geworden und das sind die Sachen, die ich absolut gerne mag. Da fahre ich auch regelmäßig drauf ab, aber es war mir nie bewusst, warum. Heute weiß ich es, ja. Der Aspekt geht ja eigentlich darauf ein, dass wir die Personen sind, bevor uns halt die Gesellschaft geprägt hat, bevor da die Lehrer kamen und gesagt haben, so und so musst du sein. Heutzutage geht das natürlich bei den Kindern schon sehr, sehr früh los. Da werden die Kinder ja schon mit drei Jahren zu Fremdsprachen genötigt. Nicht, dass ich es schlecht finde. Ich mag es. Ein Instrument muss gelernt werden, unbedingt. Dies, das, jenes. Es wird ja schon von Frühzeit ein enormer Druck aufgebaut, sodass das Kind ja eigentlich gar nicht sich wirklich frei entwickeln kann, sondern aufobstruiert bekommt, gleich von den Eltern, was es zu sein hat. Ja. Ich glaube, das ist dann auch irgendwann ganz, ganz schwierig auseinander zu ziehen und ich meine, wer erinnert sich wirklich daran, wie er noch ganz, ganz klein war. Ich sehe mich da nur irgendwo durch den Garten hüpfen, mit dem Hund spielen, ja, Kaninchen streichen und Meerschweinchen. Ich war, glaube ich, so das richtige Landkind. Ja, dann etwas anderes, was ich total faszinierend fand, dass, ja, Gerard Depardieu beschreibt sich immer als Bauer und dass er es auch geblieben ist. Und da ist es ihm halt wichtig, sein Geld in Stein und Land zu investieren. Also nicht an die Börse zu gehen, darum zu spekulieren. Nein, er muss das Geld sehen. Er muss es für etwas einsetzen, damit er auch einen Gegenwert wirklich in der Welt hat. Er muss das Geld, wie er sagt, in der Tasche klimpern, fühlen und hören, um zu wissen, dass er Geld dabei hat. Diese gesamten Konto-Sachen von einem Konto zum anderen, nur Nummern, damit kann er nichts anfangen. Und ich fand das eigentlich schön. Das ist ein Gedanke, der mir unheimlich gefällt. Dieses Geld in Stein und Land investieren, das hört sich so klangvoll an, dass ich total begeistert davon bin. Ich finde, das hat einen ganz, ganz anderen Klang und eine ganz andere Wertigkeit. Und es entspricht auch viel mehr meinem Wertverhalten zu sagen, wenn ich jetzt Geld habe, dann investiere ich es in, und jetzt lasst es euch einfach auf der Zunge zergehen oder im Kopf zergehen, in Stein und Land. Das hört sich doch so richtig nach was an, während dann kaufe ich ein paar Aktien irgendwo schon so ein bisschen windig klingen. Ja, und bei mir hat sich das ja sehr früh irgendwo gefestigt. Oder der Wunsch, ich habe es ja nicht, aber der Wunsch hat sich halt breit gemacht. Es gab ja damals von Franz Josef Degenhardt, der, ich weiß nicht mehr, hundertprozentig nagelt mich da nicht fest, den Wortlaut, aber es ging um den Herrn Senator, wenn der Herr Senator erzählt. Und der hatte damals, wo das ganze Geld halt nichts mehr wert war, da hatte er noch das Wackelsteiner Ländchen. So, und wo das Geld dann halt umgetauscht wurde, da hat er das in einer Nacht versorfen. Er hatte ja noch das Wackelsteiner Ländchen. So, und damit ist er wieder hochgekommen. Diese ganzen Aktien, das ganze Bargeld, diese ganzen Nummern, die irgendwo sind, stellen ja zwar schon einen Wert her, wir können ja nicht alle auf den Markt gehen mit Ziegen, Schweinen, Hühnern, weiß der Kuckuck bezahlen, aber das ist halt etwas, was real ist, was man wirklich hat, wohingegen halt Papier eben Papier ist. Und das war schon etwas, was mir damals sehr eingeleuchtet hat. Außerdem hat Rosamund eine Pilcher, wir haben von der mal ein Interview geguckt oder eine Doku, und wo sie eben auch sagte, es wäre halt ganz wichtig, dass man irgendwann anfängt, sich Eigentum zu schaffen, weil wenn man das nicht tut, kommt nie irgendetwas dazu. Sie sammelt Häuser, das hat ja Agatha Christie damals auch getan. Und ich glaube, das ist eigentlich eine ganz gesunde Einstellung. Ich traue der Börse nicht. Gut, ein anderer Gedanke, und der zieht sich durch das ganze Buch wie ein roter Faden. Das ist nun mal die Bürde eines berühmten Vaters. Nicht, dass Gérard Depardieu einen berühmten Vater gehabt hätte, nein, ganz und gar nicht. Aber halt sein Sohn. Und sein Sohn hat wohl auch ein Buch geschrieben, in dem er seinen Vater an den Pranger stellt. Und Gérard ist soweit okay damit. Er findet das in Ordnung. Er freut sich darüber oder hat sich gefreut, dass sein Sohn sich das einfach mal von der Seele geschrieben hat. Hat es aber natürlich differenzierter gesehen. Aber er geht damit auch schwer mit sich ins Gericht, natürlich. Aber ja, 28 Jahre Psychoanalyse, da kennt man sich dann hoffentlich schon recht gut. Und kann auch sich und andere gut einschätzen. Und ja, er hat halt sehr begreiflich gemacht, wie schwer es für seinen Sohn war, mit einem berühmten Vater aufzuwachsen. Und Gérard Depardieu's Bruder hat zum Beispiel den Nachnamen seiner Frau angenommen, nur damit er nicht auf seinen berühmten Bruder angesprochen wird. Und der Sohn von Gérard Depardieu hat halt auch sehr darunter gelitten, in die Schule zu gehen. Und sein Vater hat halt auch Rollen gedreht, die vielleicht jetzt nicht so gesellschaftsfähig waren. Und dadurch, dass die in aller Munde waren, war natürlich auch die gesamte Familie dann halt, ja, Misfits, nicht gesellschaftsfähig. Und zudem stand er natürlich immer im Schatten seines Vaters. Ja, auch interessant fand ich in diesem Zuge, dass seine Familie, er hat auch gesagt, seine Schwestern, seine Geschwister im Allgemeinen, die sehen ihn im TV. Und dann denken sie vielleicht noch, das ist mein Bruder, aber letztlich kennen sie ihn nicht, weil er ja auch viel früher aus dem Haus war. Und das fand ich total interessant, dieses, man sieht da so jemanden, berühmtes im Fernsehen, man kennt ihn vielleicht auch noch aus anderen Zeiten, man kennt eine ganz private Seite, aber letztlich die Person, die daraus geworden ist, die kennt man nicht. Man muss sich da ja nur vorstellen, ich hab's mir so vorgestellt, dass Freunde, Schulkollegen halt irgendwo im Fernsehen auftauchen, vielleicht berühmt werden, Politiker werden oder so. Und man kennt halt noch diese ganz, diese, diese Anfänge, eine ganz andere Person und mit der man geredet hat, mit der man Zeit verbracht hat, aber die gesamte Weiterentwicklung fehlt. Und das hat mich schon sehr beeindruckt, das einfach mal auch auf mich wirken zu lassen. Ich meine, ich stelle mir das unglaublich schwer vor, wenn die Messlatte halt gleich so hochgelegt wird. was soll der Sohn von Tom Cruise machen oder von einem Charoukan? Ich meine, der hat ja auch einen Sohn. Kann er dem raten, wer der Schauspieler, wie will er seinen Vater übertrumpfen oder wenigstens auf gleiche Augenhöhe ziehen? Ich glaube, das funktioniert wirklich auch nur ganz selten. Und Gerard, jetzt bin ich schon wieder irgendwo ganz anders, dass Gerard Depardieu ist nun mal ein Superstar in Frankreich und er ist auf der ganzen Welt bekannt, dazu noch sehr prägnant. Ja, man komme mal gegen so einen Vater an. Ich meine, jeder hat ja irgendwo auch in sich den Wunsch, selber bemerkt zu werden, nicht weil man der Sohn von dem und dem ist, sondern weil man, ja man selbst ist. Und aus dem Grund möchte man beachtet werden. Und ich glaube, das ist ganz schön schwer. Und ja, kommen wir zu einem weiteren Punkt aus dem Buch und das war dieses Nichtreden über Wohltätigkeit. Ich habe es heute noch erst bei Karl Lagerfeld gelesen, dass er halt auch sagt, ich rede nicht über Wohltätigkeit. Seine Mutter hat ihm das gleich von Anfang an abtrainiert, weil sie gesagt hat, gib dem Bettler nicht auf der Straße. Wie sieht das aus, wenn so ein Wohltät, wie so ein reicher Bengel jetzt da Münzen verteilt. Wenn du es machst, dann mach es anonym, aber brüste dich damit nicht. Nicht, dass die sich dann bei dir bedanken müssen und so weiter. Wenn, Anno, nö. Und das ist etwas, das ich mittlerweile auch vollkommen unterschreibe, was ich auch gut finde. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite sage ich, wer soll dann von diesen Organisationen halt erfahren? Viele Dinge sind halt auch einfach unbekannt. Und wenn man sich dann mit einer, wenn man in der Öffentlichkeit steht und dann halt dafür ja auch wirbt, ist das sicherlich keine schlechte Sache. Ich habe es auch gelesen bei Shah Rukh Khan, dass er das auch halt so handhabt über Wohltätige Projekte. Wird nicht gesprochen, ist ihm auch, glaube ich, nicht gut bekommen. Bei Schneider hat er Geld gespendet, im Namen der, ich weiß nicht, hier seiner Produktionsfirma, glaube ich. und das zog dann. Da war irgendwie ein Erdbeben oder ein Tsunami oder was war da? Ja, irgendwas war in Tsunami, Überschwemmung, glaube ich. Und sofort gab es einen Shitstorm. Und ich finde, ich finde das ja, ja, ich bin auch mittlerweile dagegen. Und Gerard Depardieu sagt ja, er würde das auch nicht machen, dass er halt sich damit brüstet, was er für andere Leute tut. Und er macht sicherlich viel. Eine Jackie Kennedy hat halt wirklich selektiert. Sie hat gesagt, du kannst nicht für alle stehen. Das geht mir bei manchen Promis wirklich auf die Nerven. Egal, wann so eine Wohltätigkeitsorganisation ist, sie müssen ihr Gesicht da reinhalten, ob es jetzt Ice Bucket Challenge ist oder von Vivian Westwood gegen das Schmelzen von Polarkappen und dann noch für UNICEF und dann hierfür, dafür, dort für dieses I'm a feminist und was nicht alles da auf dem Markt ist. Und mit jeder Kampagne muss mitgegangen werden, um zu zeigen, mein Gott, seht ihr nicht, was ich für ein Guter bin. Weil ich kann nur für ein paar Dinge wirklich mich einsetzen und für ein paar Dinge wirklich stehen. Da sollte ich mich dann wirklich engagieren. Das ist zumindest meine Meinung. Ich mag es nicht. Das hat so was vom Trittbrettfahrer, wenn jemand überall dabei ist. Also ich denke, es ist gut, wenn Prominente sich engagieren, aber die müssen, wie Sina gerade schon gesagt hat, nicht ihre Nase für alles hergeben. Es ist ja auch noch ein Unterschied, ob ich ein Aktivist bin und sage, ich bin dafür, dass das und das geändert wird oder ich bin dagegen, dass das und das so ist und dafür halt auch mit dem Gesicht und dem Namen einsteht. Aber bei vielen Prominenten bin ich wirklich auch, ja, habe ich so das ungute Gefühl, dass die einfach jede PR-Chance nutzen und es geht dann gar nicht mehr um die Sache. Und wenn man sich diese Ice Bucket anguckt, Ice Bucket Challenge hieß es ja. Die ich sehr, sehr toll finde. Ich hatte darüber jetzt noch einen Bericht gelesen und mir kamen wirklich die Tränen, weil ich, die Idee ist mit Sicherheit super dahinter und es war auch toll, dass so viele Leute mitgemacht haben. Aber bei manchen Leuten glaube ich auch einfach, hallo, wir wollen mal gucken, mal sagen, wir sind auch noch da oder ich bin auch noch da. Da hätte es vielleicht auch mal genügt, einfach mal einen Scheck rüber zu reichen oder so. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Es ist bestimmt kein leichtes Thema. Es gibt Leute, die engagieren sich eben, die helfen für Afrika, sind eben für die Hilfe in Afrika. Manche, Vivian Westbrook, wurde hier für die Nordkappen, Nordpolkappen, so. Ja, ein Thema, das eben nicht so einfach ist. Es ist ja so, wenn ihr ein Thema habt, für das ihr wirklich brennt und euch wirklich engagiert. Ich habe noch keinen Aktivisten gesehen, der für 20 Sachen stand. Natürlich fand er die wahrscheinlich auch alle wichtig, aber wenn euch wirklich was auf dem Herzen liegt, dann sind das ein oder zwei Dinge, das sind eure Herzensprojekte und da gebt ihr dann auch Energie rein. Alles andere ist, hey, ich bin hier für, ich bin dafür, ich bin dort für und das ist dann schon meiner Meinung nach ein bisschen Selbstdarstellung. so gut es vielleicht auch ist, weil Fans darauf aufmerksam werden und erst auf bestimmten, oder ja, sich halt vielleicht damit anfangen zu interessieren. Aber wer von den Fans, ich weiß, es gibt immer welche, aber ich denke, ein Gro von denen sieht es nichts, als nichts weiteres, als ein neues Video von ihrem Star oder ein neues Foto. Aber wer geht dann wirklich hin und interessiert sich über, ja, wer geht dann wirklich dahin und denkt sich, okay, derjenige hat jetzt zum Beispiel die Ice Bucket Challenge mitgemacht, was steht dahinter, um was für eine Krankheit geht es hier, wer bekommt das Geld, wie wurde es inszeniert, wer, wer, wer steckt wirklich dahinter, wer geht wirklich dann tief rein von den Fans und das ist halt einfach nur, keine Ahnung, in unserer Gesellschaft ist es halt in und schick, sich für viele Dinge zu organisieren und sich halt auch als der Gute darzustellen. Ich finde es zum Beispiel total krank, wenn da irgendeine Gala abgehalten wird. Da kostet dann ein Menü 1000 Euro und sagen wir jetzt mal 1000 Euro, es ist jedenfalls super teuer, da wird richtig aufgefahren, da wird sich noch ein Wahnsinnsabendkleid geholt und noch ein Smoking schneidern gelassen und da frage ich mich, manchmal hätten sie nicht einfach das Geld nehmen können und hätten sagen können, okay, das geht jetzt direkt da mal hin und wir legen das, was wir hier jetzt spenden, da kommt noch das Abendkleid drauf und noch das super Abendbrot, was wir hier hatten, aber das ist wirklich Schaulaufen in meinen Augen. Weiß ich nicht, ich mag das nicht, also das ist etwas, was mich doch ein bisschen abstößt, muss ich sagen. Ja, weil wir hier ja auch viel über Bücher reden, sei auch gesagt, ich habe es ja schon angesprochen, Gérard Depardieu liebt Bücher und er macht das ein bisschen anders, als ich es jetzt zum Beispiel machen würde und das fasziniert mich ja immer, wenn Leute halt so eine ganz andere Sicht auf die Dinge haben. Bei ihm in den Regalen stehen nur die gelesenen Bücher. Die ungelesenen hat er in Kartons, weil er will nicht immer vor Augen haben, was er noch nicht gelesen hat und er hat ja alle Bücher in einem Verzeichnis erfasst, aber sie sind bei ihm wirklich in Kartons. Und wenn ich mir überlege, dass ich meine ungelesenen Bücher halt sogar am Bett stehen habe, so dass ich drauf gucken kann, so dass ich mich darüber freuen kann, was ich da noch zu lesen habe, zu erfahren habe, wie viel die Welt doch noch für mich bereithält in Buchseiten, da bin ich dann schon schockiert, wenn jemand sagt, nee, das würde mich frustrieren, ich kann die nicht im Regal haben, ich muss die in Kartons halten. Und abends hört man ein Flüstern aus den Regalen, Sina, du darfst nicht schlafen. Hallo, wir stehen hier, wir wollen gelesen werden. Also deswegen kann ich so schlecht schlafen. Ja, und das Letzte oder der letzte Gedankengang ist Leben trotz allem. Also Leben, obwohl so viel Schlechtes passiert, Leben, obwohl so viel Leid auch da mit drin schwingt, einfach weiterleben, obwohl es vielleicht nicht ideal ist. Dieser Spruch, Leben trotz allem, finde ich sehr, sehr schön. Er zeigt auch genau die Einstellung von Gérard Depardieu. Und das waren Worte, die wirklich bei mir einen Nachhalt hinterlassen haben. Und ich glaube, er ist trotz allem auch menschlich dabei geblieben, auch wenn die Menschen sich gerade vielleicht nicht unbedingt den besten Ruf eingehandelt haben im Reich der Tiere. Aber ich glaube, ihr wisst schon, was ich meine mit menschlich bleiben. Das heißt warmherzig bleiben, offen bleiben, mitführend bleiben. Verständnis haben für andere. Ja, mein Fazit ist jedenfalls, dass ich sicherlich noch eine Biografie über ihn lesen werde und auch sein Buch gestohlene Briefe, in denen er, ich glaube, das ist entstanden zwischen dem Tod seiner Mutter und dem Tod seines Vaters. Dazwischen lagen zwei Monate. Und in diesen hat er halt Briefe geschrieben an alle Personen, die ihm wichtig waren. Und davon gibt es ein Buch gestohlene Briefe, das ich auf jeden Fall noch lesen werde. Ja, es gibt ganz, ganz viele tolle Bücher und ich glaube, die Biografie von oder dieses Interview mit Gérard Debadiu sollte man sich vielleicht mal wirklich genauer anschauen, wenn einem dieser Mann irgendwo sympathisch ist. So, und das war's von uns. Bis zum nächsten Podcast. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann.